Bro, eine Frage. Wenn Liebe immer zur Abhängigkeit wird und man dadurch sehr leicht verletzbar wird, was tun? Die Chance besteht natürlich, dass man sich irgendwann wieder trennt oder dass irgendwas passiert, was einen brutal verletzt. Das ist halt das Leben. Das ist das Risiko, was du mit der Liebe zusammen eingehst. Wann kommt neuer Bodi-Test? fragt der David, Uni7. Ja, ich werde auf jeden Fall so ein Flair und so ein Manuelsen, Bruder. Das sind ja die zwei, mit denen ich noch Interviews gemacht habe. Panos und ich, Bruder. Das ist ein Bund für immer. Das ist Familie, Bro. So, jeder Mensch hat Entscheidungskraft über seinen eigenen Körper und für das, was er tut und nicht tut, Bruder. Nimmst du irgendwelche Vitamintabletten oder so zu dir, um B12 einzunehmen, etc.? Ja, normalerweise schon. Ich habe jetzt gerade, habe ich leider keine Vitamintabletten mehr am Start. Durch den Switch halt, ne? Mexiko, Germany. Ich konnte nicht alles mitnehmen. Habe ein paar Sachen dagelassen. Bin jetzt hier erst neu angekommen. Aber ich bin ja auch noch mit ZEK Plus am Start. Da übrigens könnt ihr Leon 10, 10% bei ZEK Plus kassieren, Freunde. Checkt das auf jeden Fall ab. Damit supportet ihr mich auch. Und ihr kriegt halt 10% auf Nacken. Und die werden mir jetzt auch noch ein neues Paket zuschicken. Ein kleines Paket nochmal für die letzten zwei Monate, dass ich ein bisschen Werbung für die mache und auch ein bisschen ausgestattet bin. Ja, Mann, Digga. Und ich bin immer noch auf der Suche auch nach einem neuen Sponsor, falls ihr irgendwelche Leute kennt. Fitnessmäßig, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Ich habe schon ein, zwei Leute, mit denen ich gerade quatsche. Aber bin auch immer noch offen. Habe da noch nichts unterschrieben oder so. Bro, eine Frage. Wenn Liebe immer zur Abhängigkeit wird und man dadurch sehr leicht verletzbar wird, was tun? Bro, das gehört zur Liebe dazu, würde ich sagen, ne? Also, sobald du dich einem Menschen wirklich öffnest und dich hingibst und liebst, machst du dich im gleichen Moment auch angreifbar. So, ne? Und das ist Fakt, Bro. So, deswegen finde ich es halt auch extrem wichtig, dass man sich den Partner so aussucht, dass man sich halt wirklich 100% vertraut. Deswegen habe ich zum Beispiel auch nie eine Freundin gehabt, bis auf einmal, weil für mich fällt es extrem schwer, mich zu öffnen, einem Menschen gegenüber mich komplett fallen zu lassen und mich dann so auch komplett irgendwo angreifbar machen zu lassen. Und die Chance besteht natürlich, dass man sich irgendwann wieder trennt oder dass irgendwas passiert, was einen brutal verletzt. So, das ist halt das Leben, ne? Das ist das Risiko, was du mit der Liebe zusammen eingehst, so. Fällt mir extrem schwer, sonst wäre ich nicht mit 31 noch Single und hätte bis jetzt nur eine echte, richtige Freundin gehabt, so. Sondern wäre das wahrscheinlich auch schon ein bisschen weiter, aber ich habe da genauso viel Respekt und Struggles mit wie viele Leute, so. Er sagt, immer zur Abhängigkeit wird, da muss ja irgendwas tiefer nicht stimmen. Keine Ahnung, ich bin jetzt noch nicht der krasse Date-Doktor, wenn ich ehrlich bin. Hab da jetzt auch nicht so viel Erfahrung, weißt du? Mit Beziehungen. Ich habe auf jeden Fall für mich eigentlich immer auch eigentlich gesagt, ich will nur einmal eine Freundin haben, eine Frau haben, die dann heiraten, Kinder kriegen sofort. Das muss dann die eine sein, ich habe keinen Bock, das öfters zu machen. Ja, hat nicht so funktioniert bis jetzt. Die richtige kommt noch, Bro. Ich hoffe, Digga. Ich hoffe. Wird schon alles. Man muss positiv in die Zukunft sehen. Wenn Gott möchte, dann wird es passieren. Oha, pppasek fragt mich, Bruder, was hältst du von Beziehung zwischen Muslimen und Christen? Die Liebe fällt dahin, wo die Liebe hinfällt, Bruder. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Bro. Meadowman fragt, Ajemo sagt erstmal, viele neue Leute hier, ihr könnt gerne einen Follow da lassen. Follow it in, meine lieben Freunde, lasst einen Follow da, wenn ihr Bock habt. Twitch Prime Abo ist für Amazon Prime Benutzer for free. Lasst gerne auch ein Abo da. Abo it in, man. Support it in, brother. Support die Vibes, man. Support ist kein Mod, Bro. Big 38 for the web, thing. Nigga, flach, sind doch flexing. Yes, pppasek. Muss raus, sagst du, wa? Oh shit. ADO846 hat es gefunden, Digga. Hat subscribed, Digga. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für den Support, Bro. Willkommen zurück, Digga. Warst im Statements Café? Warst im Statements Café? Net. Versuche ich eigentlich immer zu sein, Brudi? Netty Vibes, man. Immer schön humble auf dem Boden und so. Die Leute, die mich kennengelernt haben, die wissen Bescheid, Bruder. Yes. Da werde ich auch demnächst mal wieder hingehen. Wann kommt neuer Bodi-Test? Fragt der David, Uni7. Bro, ich habe das von der Öffentlichkeit ein bisschen so ins Private einfach zurückgezogen. Also das Thema hat nie aufgehört, Bro, aber habe es in der Öffentlichkeit nicht mehr so krass nach außen getragen. Falls die ein oder andere Fibu mal wieder an den Start kommt, so, dann werde ich da vielleicht nochmal dran anknüpfen. Wir haben ja immer noch den offiziellen Bodi-Test-Verband in Deutschland. So, den muss man eigentlich auch an der einen oder anderen Stelle mal weiterführen, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Der Bruder ist auf jeden Fall immer noch Bodi-Lover, ja. Ganz wichtig. Sowas fühle ich, Digga. Anti-Stress-Ball, Bro. Schön die Hände massieren an der Stelle. Gib mir die Massage-Vibes, man. Massage den Mord, fucker. Massage. Ja, mach das wieder, sagt der Ado. Zieh durch und mach es krasser als je zuvor. Und diesmal konzentrier dich nur auf deinen Erfolg. Sieh's doch, wie alle, wo es nicht mehr lief, auf einmal auch zurückgezogen haben. Flair, muss man sagen, der hat auch viel zu den Interviews beigetragen. Die anderen sind aufgesprungen und wo er bergab ging, wieder abgesprungen. Ja, ich werde auf jeden Fall so ein Flair und so ein Manuelsen, Bruder, das sind ja die zwei, mit denen ich noch Interviews gemacht habe. Die zwei letzten Interviews, die ich gemacht habe. So, das werde ich auf jeden Fall auch nie vergessen, so. Das sind zwei Jungs, die haben mir geholfen. Flair von Anfang an. Flair hat das erste Interview mit mir gemacht. Mein allererstes Interview, so. Und egal, was da passiert, egal, wer da was sagt und so. Ich bin so ein Typ, wenn mir ein Mensch einmal geholfen hat oder mir was Gutes getan hat oder mir zu einer Zeit Rücken, nein, nicht Rücken, aber irgendwo Support gegeben hat oder immer noch mit mir am Start war, mir geholfen hat, so, wo viele das nicht mehr gemacht haben, das werde ich auf jeden Fall immer im Herzen haben. So, da kann passieren, was will. So, weißt du? Safe. Safe call, meine lieben Freunde. San Luigi sagt, Bro, wegen dir sage ich den ganzen Tag getint, man. Bruder, ich küsse dein Herz, Digga. Bist du nicht der einzige, Digga, ich fühle das. Kommt wieder was mit Fanus? Bestimmt, Bruder. Bestimmt. Wir sind immer noch... Bro, Loyalität zeigt sich mit den Jahren. Und werdet ihr noch sehen, Bruder. Fanus und ich, Bruder, das ist ein Bund für immer. Das ist Familie, Bro. War es von Anfang an und wird es auch für immer bleiben. Nach so viel Sonne tut es bestimmt mal gut, wieder kälteres Wetter zu haben. Bro, ich küsse dein Herz, Digga. Einer von wenigen, der das auch versteht, Bruder. Ja, tut wirklich gut. Wird auch schnell, glaube ich, wieder zu viel. Ich habe heute schon wieder so leicht so diese Frosty-Vibes auf jeden Fall gespürt, so. Aber, ähm... Es tut auf jeden Fall gut, mal wieder normal zu schlafen, ohne Klimaanlage, ohne irgendwie... Weißt du, wie ich meine, so? Einfach kühl, so. Einfach kühl. So, zum Schlafen ist das wirklich geil. In Mexiko habe ich fast nie richtig geschlafen. Fast nie. Fanos, bester Mann. Verfolge ihn wegen der Haar-Thematik. Er soll wieder mehr YouTube machen. Sage ich ihm auch immer wieder. Ich sage es ihm auch immer wieder. Steve G muss mal richtig auf YouTube kommen, auch. Ich werde ihm dabei helfen, Digga. Kühli-Vibes. Kühl it in, man. Was ist mit dem Scooter? Der Scooter lebt noch, Bro. Der Scooter lebt noch. Steht in kein Cancun. Cancun, Motherfucker. Andy fragt, what's going on, Bro? Wie geht's, man? Back to the roots, Bro? Ganz genau, Digga. Geht's gut. Geht's gut. Roots it in, Bro. Hattest du Haartransplantation? Ja. Nein, natürlich nicht, Bro. Christiano 70132 fragt, ob ich Bock wieder auf Straßenvideos habe, weil er sehr viel davon guckt und meine die besten waren. Ey, das bist du, das kristallisiert sich jetzt raus in der nächsten Zeit, Bro. Ich will nicht so viel davon reden. Ich mache einfach, weißt du? Ich verstehe einfach nicht, was ihn am Impfen so stört. Bruder, mach dir um dein eigenes Leben Gedanken, Bruder. Es gibt kein anderes Volk, was sich so viele Gedanken über andere, über die, über die Menschen in ihrer Umgebung machen. Ich schwöre dir, Digga. Das ist so crazy, Bro. In Mexiko ist auch selbe, selbe Shit. Es gibt auch viele Regeln so. Weißt du, was ich meine? Gibt's einfach auch, musst du Masken anziehen, dies, das, bla. Aber in Mexiko würde niemals einer auf die Idee kommen, einem anderen im Bus zu sagen, zieh deine Maske richtig an. Oder ihn zu fragen, ob er geimpft ist und sich dann gegenseitig abzufacken, so. Im Volk intern, so. Passiert nicht, Bruder. Würden die nicht mal, die haben nicht mal diese Gedanken, weißt du? Das ist so ein typisch deutsches Ding, dass man sich so viel Gedanken über andere Menschen macht und so irgendwie, weiß ich nicht, wo das herkommt, dass man sich auch so einmischt in das Leben von anderen, so. Und anderen irgendwie vorschreiben will, was die zu tun haben und was die nicht zu tun haben, Bruder. Das ist so. Jeder soll doch für sich einfach sein Ding machen, Brudi. Ist doch alles cool, Bro. Muss man sich doch nicht so viel Gedanken drüber machen, Digga. Verdammt. Das ist traurig irgendwie. In anderen Ländern wirst du dafür abgeschossen, Digga, wenn du dich in das falsche Leben einmischst und da versuchst, eine Ansage zu machen, Bruder. Weißt du, ich meine, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, Digga, so. Aber vieles, was man selbst entscheidet, betrifft auch andere. Ja, und? Da musst du halt damit klarkommen, Bro. Du kannst nicht fordern, dass alle so machen, wie du willst, Bruder. So, jeder Mensch hat Entscheidungskraft über seinen eigenen Körper und für das, was er tut und nicht tut, Bruder. So, weißt du, wie ich meine? Das ist so, so. Und dieses immer sich einmischen in die Angelegenheiten von anderen, so. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du irgendwo dich kurz hinstellst, falsch parkst oder so. Es gibt Instanzen dafür in Deutschland, die das kontrollieren, ob gewisse Regeln eingehalten werden oder nicht. Da müssen wir uns nicht gegenseitig abfacken, so. Und beobachten und kontrollieren und anscheißen, so. Na, der hat das und das gemacht, Bruder, Bruder. So, weißt du, wie ich meine? Ich feiere sowas gar nicht, Bro. Das ist meine Meinung, Bruder. Und das ist auch wieder mein eigenes Bier, was ich mit mir habe, so. Trinke, meine ich. So, du musst dein Bier trinken, so. Weißt du? Jo, aber wer den Radweg zupackt, ist es halt scheiße, Digga. Ich finde es süß, Digga. Ich finde es irgendwo auch süß, Bruder. Das ist halt so krass, in der anderen Welt so crazy. Ich bin da allemann und stehe jetzt so. Bruder, für die Radwegi-Vibes, Digga, bei den Radwegi-Vibes, Bruder, bin ich auch, bin ich so d'accord, ja, teilweise so. Weißt du, ich zum Beispiel in Mexiko vor der Einfahrt bei Justine. Hat sich immer ein Auto hingestellt, der Nachbar, so. Und es juckt niemanden. Keiner hat was gesagt, so. Es interessiert einfach niemanden. Und da habe ich, für mich, ich kann das auch nicht, so. Ich könnte nicht mich vor eine Einfahrt stellen, da parken und dann ins Haus reingehen, würde sich für mich einfach schlecht anfühlen. Da bin ich auch zu deutsch für, so. Würde ich auch nicht machen, so. Weißt du, was ich meine, so? Ja, aber es hat auch irgendwo eine Grenze, weißt du, was ich meine, so. So, es gibt halt Dinge, die man persönlich für sich regelt und wo es geil wäre, wenn sich nicht irgendwie Menschen da einmischen. Das ist einfach meine Meinung.